Hallo, ein Gruß von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Science Slam in Corona-Zeiten, wie kann das gehen? Denn eine Sache ist ja klar, es muss irgendwie gehen. Ich hatte angekündigt, wir werden gemeinsam die totale Ekstase erleben, nur halt in unseren Wohnzimmern. Und jetzt ist es soweit. Morgen Abend treffen wir uns auf YouTube. Um 21 Uhr gehen wir live unter www.youtube.com.com. Könnt ihr uns einfach folgen. Einfach subscriben, die Glocke drücken und ihr werdet informiert, wann es losgeht. Drei Slammerinnen werden dabei sein. Ich werde durch diesen Abend führen. Wir sind sehr gespannt auf das Experiment. Wir lassen es krachen. Also seid mit dabei. Morgen 21 Uhr. Science Slam!